Glück auf meine Kumpel Malocha, herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast, Königsblau im Ohr, zurück aus der Pause, war ja Olländerspielpause, haben wir gedacht, ja, wobei, Themen gab es ja genug, aber wir hätten gedacht, wir treten mal ein bisschen kürzer. Luca, auch am Start, wir haben es schon im Vorbericht so ein bisschen besprochen, heute nicht ganz so fit, oder? Das hat aber nichts mit Schalke zu tun. Ausnahmsweise nichts mit Schalke zu tun, also ich weiß nicht, die meisten werden es wahrscheinlich raushören, die sonst auch den Podcast erfolgen. Ich bin ein bisschen heiser und vor allem auch krank, habe schon seit zwei, drei Tagen durchgehend eigentlich Kopfschmerzen, huste die ganze Zeit, habe mich aber trotzdem natürlich extra für euch und auch für Cedric hier reingeschleppt, um irgendwie wenigstens das Spiel ein bisschen aufzuarbeiten. Aber falls ich dann ab und zu mal husten sollte, was hoffentlich jetzt nicht ganz so viel passiert wird, weil ich eine Tablette nochmal genommen habe, dann halt bitte entschuldigen, weil geht halt leider nicht anders, aber ich werde mich dann natürlich muten dafür. Ja, ansonsten schauen wir mal, inwieweit das Spiel viel besser ist als meine Gesundheit, ich glaube nicht so viel. Ja, also Stichwort Kopfschmerzen, das Spiel hat auch Kopfschmerzen gemacht, ich hoffe, dass ich dir zumindest die so lösen kann, ich hoffe, dass du mir die auch, dass ich mich ja bei dir auch ein bisschen von der Seele reden kann, damit das so ein bisschen, der Frust ein bisschen bekämpft wird, weil, also ich bin echt sauer, ich bin richtig sauer, ich bin auch, ich bin auch sauer auf mich selber, soll ich dir sagen, wieso? Wieso? Und zwar, ich war ja komplett der Meinung, boah, hier läuft es jetzt komplett gegen den Abstieg, also vor dem Trainerwechsel. Ich war komplett der Meinung, hier läuft es gegen den Abstieg, alle Alarmglocken müssen läuten, wir müssen zusehen, wie wir das hinkriegen. Und dann Trainerwechsel. So, dann kam noch das Interview mit dem Hefer, wo der auf einmal gesagt hat, ja, nach dem Trainerwechsel, da sieht die Welt wieder anders aus, da wird der Trainer dafür sorgen, dass wir wieder nach oben gucken. Teilweise wurde noch vom Aufstieg geredet, von den Verantwortlichen. Dann wurde von den Reportern auch geschrieben, neuer Einsatz im Training, neuer Wind weht. Der Trainer hat auch einen guten Eindruck gemacht auf mich, der hat mich auch so ein bisschen mitgenommen. Generell liegt es natürlich nicht am Trainer, da kommen wir auch gleich zu. Aber die Stimmung wurde bei mir, und da bin ich so sauer auf mich, immer euphorischer, immer euphorischer. Ich habe wieder dran geglaubt, nicht an den Aufstieg, aber dass wir wieder vernünftig Fußball spielen, dass wir mal, zumindest mal so die PS auf den Rasen bekommen, ob wir dann die Spiele gewinnen, sei mal dahingestellt. Aber ich habe zumindest geglaubt, dass die Mannschaft sich irgendwo den Arsch aufreißt. Und auch Testspiel, was wir gewonnen haben zwischen der Woche, was noch dazu geführt hat, dass die Stimmung immer weiter höher ging bei mir. Und dann haben wir diese Nichtleistung gesehen jetzt gegen Karlsruhe. Und das war halt zwölf Tage, die der Trainer jetzt hatte, aber es war kaum eine Veränderung. Spielsystem ja, aber die Art und Weise wurde einfach wieder komplett sein gelassen. Und die Mannschaft hat keine Leistung gebracht. Die hat eine Leistung verweigert. Nicht zum ersten Mal in der Saison. Und ich bin sauer auf mich selbst, dass ich an eine Wende geglaubt habe. Ja, also kann ich eigentlich nur so zustimmen. Es ist mir eigentlich wieder genau dasselbe gewesen. Ich glaube, da kann man sich auch als Schalke-Fan nicht so wirklich lösen von, dass du einfach jedes Mal, wenn der Trainer sich wechselt und es auch einfach mal, es war ja ein neuer Trainertyp, also wir hatten ja wirklich so viele Trainertypen schon durch. Aber da kommt halt mal so ein spannender Trainer aus Belgien, der da auch echt extrem gute Leistungen gezeigt hat mit Sanjouloa. Und englischsprachig ist es halt einfach alles mal ein komplett anderer Vibe. Du hast einfach ein anderes Gefühl bekommen als bei diesen ganzen Trainern, die man einfach schon kannte in Deutschland. Und da kann ich mich auch nicht von frei machen. Also ich habe auch insgeheim gehofft, dass wir jetzt einfach mal wieder einen vernünftigen Fußball von Schalke zu sehen bekommen. Und habe auch wirklich beim Trainer echt ein extrem gutes Gefühl gehabt. gesagt, das kann auch alles noch kommen, das ist gar keine Frage. Aber es ist einfach nach diesem Spiel diese endgültige Frustration, weil du hast so viel durchgemacht in den letzten Jahren mit Schalke. Wirklich, der Abstieg in die zweite Liga war damals schon wie ein Weltuntergang für uns alle. Und es wird halt einfach immer schlimmer. Also du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, aber es kommt immer schlimmer. Und da habe ich auch vorhin einfach in diesem Spiel den Moment gehabt. Also ich konnte ja sowieso nicht rumschreien, weil wenn ich rumschreie, tut es einfach extrem weh. Das ist so weh, ja. Ja, aber ich weiß nicht, bei mir ist einfach dieses Entsetzen in meinem Kopf so groß gewesen. Ich habe diese Tore dann irgendwann gesehen, also dieses 3-0, und ich habe gar nichts mehr gesagt, weil ich bin einfach leer gewesen in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. So, es ist halt einfach, du denkst wirklich, irgendwann muss man an den Moment kommen, wo du nicht noch mehr Scheiße fressen kannst. Aber er kommt einfach nicht, es geht immer weiter. Und du hast ja auch scherzhaft vorhin mir auf WhatsApp geschrieben, dann werden wir nächstes Jahr halt Meister in der 3. Liga. Habe ich auch gesagt, ja, selbst mit dem Kader, das wird da auch nicht so. Ja, es ist halt einfach extrem frustrierend zu sehen, was mit diesem eigentlich so coolen Verein passiert. Wir sind die stärksten Fans der Welt. Wir sagen jetzt viele Vereine was anderes, aber effektiv muss man ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Wir sind halt einfach die krassesten Fans. Und wir werden einfach Woche für Woche immer wieder enttäuscht. Da fahren wieder, ich weiß nicht, 5.000 ungefähr, lass es wieder gewesen sein, die nach Karlsruhe gefahren sind. Und die werden einfach alle wieder komplett bodenlos enttäuscht. Also keiner erwartet, dass wir jetzt die Sterne vom Himmel spielen nach 10 Tagen, die der Trainer da ist. Aber ein bisschen Einsatz oder so kann man schon erwarten. Und dann spielen die da wirklich so einen Haufen Dreck zusammen in der 1. Halbzeit. Es ist gar nicht in Worte zu fassen, wie erbärmlich das war. Und dann kommen die da in der 2. Halbzeit raus, versuchen ein bisschen. Und dann, ja, irgendwann haben die gemerkt, okay, unsere Schüsse kommen ja nicht durch. Ja, gebrauchter Tag, bla, bla, bla. Da kommt das Eigentor von Matriciano und dann war der Stecker endgültig weg. Ja, also ich komme auch jetzt gleich auf sportliche, natürlich auf WhatsApp mit dem Gedanken, dass die Mannschaft, die ist zu teuer für die 3. Liga. Da wird man wahrscheinlich auch noch um die Lizenz kämpfen müssen. Ich kann mir vorstellen, falls wir die kriegen, dass wir dann am Ende eine halbe U23 sehen werden in der 3. Liga. Aber so weit ist es ja noch nicht. Sieht aber stark danach aus. Ja, lass uns zum Spiel kommen, wie wir das gesehen haben. Also ich muss sagen, erst mal haben die ganzen Basics natürlich gefehlt. Laufbereitschaft, zweite, dritte Bälle, dass man da reinkommt. Und dann, was mir voll gefehlt hat, war der Mut, auch mal spielerische Situationen aufzulösen, nach vorne vertikal zu denken. Also wie ich das Spiel gesehen habe, du hast mal irgendwie den Ball bekommen, wobei Karlsruhe da deutlich mehr Ballbesitz hat. Dann hast du den Ball immer weiter nach hinten gespielt. Spätestens beim Torwart, beim Fährmann, kam dann irgendwann der lange Ball nach vorne, auf einen Terodde oder einen Lasme. Und da wurden dann die zweiten Bälle... Oder eben auch leider nicht auf Terodde oder Lasme. Oder halt irgendwo hin, genau. Und der Ball ist wieder weg gewesen. Und bis auf so ein paar Chancen, wo vielleicht mal der Lasme mit seiner extremen Geschwindigkeit nach vorne gestoßen ist, ging halt gar nichts. Und das waren halt wirklich so Momente, wo vielleicht einmal so ein Steilpass gekommen ist, weil Karlsruhe da alles offen hatte. Ansonsten spielerisch bist du nicht nach vorne gekommen. Du hast es nicht geschafft, den Ball nach vorne zu spielen. Karlsruhe war gefühlt immer in Überzahl, gefühlt zwei, drei Männer mehr als wir gewesen. Das spricht sich oder das liest sich auch an der Laufbereitschaft unserer Spieler, die sechs, sieben Kilometer weniger gelaufen ist als der Gegner. Da merkt man einfach, der Gegner war auch überall in Doppelzahl, in Überzahl, weil die halt da auch hingelaufen sind und wir einfach irgendwo stehen geblieben sind. Und ja, die Tore, die katastrophale Fehler, die mal wieder passiert sind. Ein Spieler, den ich herausheben möchte und auch muss, ist Baumgartel, der den Trainer Reis rausgepöbelt hat, wo ich damals auch, auch aufgrund von so einer Aussage, ja, mir gedacht habe, okay, vielleicht ist da was dran, vielleicht hat der Reis eine falsche Taktik, vielleicht lässt er falsch trainieren. Wo wir dann aber unter jetzt mittlerweile zwei Trainern, es gab ja auch einen Interimstrainer, teilweise noch schlechtere Leistungen gesehen haben. Und dann ist der Baumgartel jedes Mal auch nach diesem Spiel wieder vor dem Mikrofon und muss natürlich irgendwas wieder sagen. Auch im Spiel hast du das gesehen, wo der da mit dem Trainer am Diskutieren war. Und da kriege ich so eine Krawatte. Der hat zwei Fehler gemacht. Die ersten zwei Gegentore gehen teilweise zu 90 Prozent auf seine Kappe. Der hatte da richtig dicke Achsen drin. Das zweite Gegentor, gut, Ovejan hat da die Flanke nicht verhindern können, aber das ist komplett sein Mann. Das ist eigentlich 100 Prozent sein Fehler. Der war, du hast schon die Dreierkette gehabt und der war einfach zwei bis drei Meter weg vom Mann. Der Mann hatte keine Bedrängnis. Der war weder, ist er zum Ball noch zum Mann hingegangen und der konnte einfach frei im Strafraum abschließen. Und du hattest drei Innenverteidiger aufgestellt. Das geht halt nicht. Und der Spieler hat den Trainer rausgeekelt und diskutiert jetzt schon mit dem neuen Trainer während des Spiels und stellt sich dann am Ende hin bei den Interviews und muss erzählen, wie schlecht die Mannschaft ist. Wenn ich so spielen würde wie der, ich würde mich gar nicht trauen, irgendwo den Mund aufzumachen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, das stimmt. Ich dir komme dazu. Also von allen Spielern würde ich auch Baumgartel noch mit am meisten rausheben, weil es einfach nochmal absurd ist, wie man dann noch über einen Trainer reden kann die ganze Zeit. Aber du kannst wirklich die ganze Mannschaft fast durchgehen. Das war wirklich extrem schlecht. Also auch Aoyan war wirklich wieder bodenlos schlecht, was ich ja heute gesehen habe. Defensiv gar nichts. Also der ist einfach immer rausgelaufen. Er hat gemeint, oh scheiße, ja der war jetzt an mir vorbei. Gut, die haben mich überspielt. Ach ja, ich trabe mal hinterher. Torotta habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Im ganzen Spiel nicht, glaube ich. Vielleicht zweimal irgendwie einen Ball abgeschirmt. Das war es. Habe ich auch keine, keine Ahnung, mal aufbäumenden Worte an die Mannschaftskameraden gesehen. Als Kapitän erwarte ich das eigentlich. Und ich bin ein riesen Torotta-Fan und sage, die ganze Zeit, der muss in die Startelf. Aber von einem Kapitän erwarte ich mir viel mehr. Genau, dann das Mittelfeld mit Schallenberg, äh stopp, Schallenberg war gar nicht auf dem Platz, Tempelmann und Seguin. Hieß man mal nicht, ja. Genau, ja, das stimmt. Können wir auch noch drüber reden gleich. Tempelmann und Seguin waren auch defensiv eigentlich nicht wirklich existent. Also du konntest einfach einen Pass durch die Mitte die ganze Zeit spielen, wie du wolltest. Ähm, ich fand von den drei Innenverteidigern fand ich Kalasch noch am besten. Und selbst der war schon nicht gut. Äh, das sage ich eigentlich auch schon wieder alles. Und ich verstehe auch nicht, wieso dann am Ende ein Matriciani wieder reinkommt. Auch wenn es der Goat ist, keine Frage. Aber Cissé hat wieder keine einzige Minute gesehen, nur weil er halt dieses eine Spiel gegen Hamburg hatte, wo er wirklich völlig schlecht war. Gar keine Frage. Aber du musst so einem jungen Spieler, musst du einfach auch jetzt in so einer Situation, wo alle Innenverteidiger schlecht sind und du das auch wieder nach 45 Minuten gemerkt hast, die kriegen nichts hinten hin, dann musst du dem nochmal eine Chance geben und ihn einwechseln zumindest. Weil wann willst du das sonst machen? Jetzt setzt du ihn vielleicht im nächsten Spiel wieder ein, aber da ist dann wieder ein Spiel, wo es 0-0 steht und da kann es auch wieder sein, dass er ein Parzer macht. Wenn du ihn bei 2-0 reinbringst, ja mein Gott, das Spiel hätten wir auch so verloren. Deswegen verstehe ich nicht, warum man da dann nicht in Einsatz kriegt. Das ist wieder so eine Sache, die ich einfach nicht verstehen kann. Beim CC, das sehen sogar die meisten Schalker so, weil ich habe vor dem Spiel eine Umfrage gemacht auf Instagram. Da habe ich alle Positionen, oder die kontroversesten Positionen bin ich durchgegangen. Beispielsweise, wer im Torhaut spielen soll, beispielsweise, wer Stürmer sein soll. Rechte Seite stand ja noch offen, wer da spielt. Und aber auch beim CC habe ich gefragt. Beim CC hat die Mehrheit, ich glaube, zwischen 70 und 80 Prozent haben gesagt, der soll wieder eine Chance kriegen. Ja. Und der hat auch beim Testspiel gestartet. Der hat auch auf der Pressekonferenz richtig gute Wörter bekommen vom neuen Trainer, von Gerrards. Und dann, dass der in der Hackordnung dann hinter einem Matriciani fällt, fand ich schon sehr, sehr skurril, weil so wie sich das angehört hat und wie auch von den Fans so das Feeling war, wie der Trainer sich ausgedrückt hat, plus dass er im Testspiel gespielt hat, war das für mich sogar ein Kandidat für die Startelf. Ja, für mich auch. Genau. Und dass der dann, weil wir haben ja auch da keine guten Spieler gehabt, oder die Abwehr hat sich ja nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Spielen davor. Und dass er dann da, sogar noch Matriciani, der ja im Moment in einem Formloch auch einfach ist, auch über mehrere Spiele hinweg, dass der dem auch noch vorgezogen worden ist, da muss man ja schon so sagen, dass da scheinbar gar nicht mehr auf den gebaut wird. Ja, also komplett unverständlich. Ich verstehe es wirklich überhaupt gar nicht. Ich muss jetzt aber gerade mal eine Leitrecherche machen. Wir haben jetzt tatsächlich nach diesem Spiel gemeinsam mit Osnabrück, die ja 7-0 gegen Hannover verloren haben, die schlechteste Defensive der Liga. Haben wir mittlerweile die eingeholt. Krass. Ja, ja, extremer Wahnsinn. Am nächsten Spieltag werden wir dann die Schießbude der Liga sein. Ja, absolut richtig. Wir sind aber natürlich nicht ganz so schlecht. Wir haben nämlich drei Tore mehr geschossen. Das ist natürlich super. Als Schalke 04 in der zweiten Liga mit einer Minus-9-Tordifferenz dazustehen nach zehn Spieltagen, ist natürlich auch echt eine super Sache. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Also ganz im Ernst, ich weiß auch nicht, wem man da in diese Dreierkette stellen soll. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Also Brunner kannst du, wenn er wieder da ist, eventuell reinstellen. Dann möchte ich ihn als rechten Innenverteidiger spielen. Ist so eine Position, wo du vielleicht sagen kannst, ja, ja, also das ist so eine Position, der würde da sein Part spielen, der kriegt die schon irgendwie hin, auch wenn er auch nicht so gut in Form ist. Cissé muss man hoffen, dass er jetzt mal die Chance kriegt und die auch hoffentlich nutzt. Dann wäre das auf jeden Fall ein relativ solider Innenverteidiger. Dann hast du auf jeden Fall zwei, die da das irgendwie runterspielen können. Und ganz ehrlich, beim dritten, keine Ahnung. Also Baumgartel, Katastrophe. Geht auf keinen Fall. Baumgartel musst du rausnehmen. Baumgartel muss aus dieser Startelf rausfliegen. Halasch vielleicht, der zumindest mal etwas gezeigt hat. Oder von mir aus auch Kaminski, der vielleicht mit anderen Nebenmännern besser funktioniert. Aber Baumgartel, für mich gehört der Mann erst mal auf die Tribüne, auch als Denkanstoß für ihn. Ja, nicht mal Bank, der muss auf die Tribüne. Ja, der ja so nach vorne geht, mit dem Labern, mit dem Reden, der sich überall reinredet, der überall als Führungsspieler sich positioniert. Jedes Interview nimmt er an, jedes Mal. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, der hat sich schon so geäußert über den Reis. Hat auch eine Suspendierung bekommen. Spielt den größten Rotz in diesem Spiel, ist an zwei Toren mehr als beteiligt und dann geht er wieder zum Interview hin. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das geht echt nicht. Ich, so, ne, von meinen Gedanken her. Ich würde sagen, Leute, lasst mich mal in Ruhe jetzt mit Interviews geben. Lasst mal den Terodder als Kapitän da sprechen oder wen auch immer. Aber ich bin jetzt, ich muss mich jetzt mal, muss mal kleinere Brötchen backen und muss jetzt mal probieren, über Leistung mich wieder als Führungsspieler zu etablieren. Der hat kein gutes Spiel gemacht, seitdem der hier ist. Der war nur, der ist nur aufgefallen, jeder Fan kennt ihn nur als derjenige, der den Reis da im Interview rausgeschmissen hat. So, und der geht einfach permanent wieder zum Interview hin. Das check ich nicht. Dass man diese Dreistigkeit einfach hat, so, dieses Selbstverständnis, dass man da wieder sich hinstellen will und reden, so. schickt da jeden anderen Spieler hin, aber doch nicht der Spieler, der da die Fehler gemacht hat und diese Vergangenheit hatte. Ja, also ich erwarte ja nicht mal, dass er wirklich da, wenn er darauf angesprochen wird, einfach sagt, ja Leute, ich muss kleinere Brötchen backen und so weiter, wie du gerade gesagt hast, das wäre natürlich der Optimalfall. Aber es würde auch einfach schon reichen, wenn er sagt, jo Leute, ich habe hier gerade ein Spiel verloren, ich muss das gerade erst mal verarbeiten. Nein, der muss das ja nicht sagen. muss er nicht sagen. aber er muss einfach irgendwie sagen, ich kann gerade, genau, ja, ich kann gerade nicht drüber reden, ich lehne das Interview ab und in die Kabine rein. Ja, keine Frage. Ich bin heute nicht verfügbar für das Interview. Fertig und ich gehe in die Kabine. Ich weiß nicht, ob er da selber hingeht, ob er angefragt wird von den Journalisten oder ob Schalke den stellt. Wenn Schalke den stellt, dann frage ich mich auch, was die PR-Abteilung da, wie schlau die ist, da solche Spieler hinzuschicken. Vor allem nach einer Suspendierung wegen einem Interview auch sehr schlau, ihn da hinzuschicken. klar, und wenn das die Journalisten machen, die sind ja schlau, die sind ja schlau, die wissen ja, welche Spieler die sich holen. Ja, keine Ahnung, also ist für mich nicht nachvollziehbar und wäre für mich auf jeden Fall mal ein Kandidat, der mal eine Pause braucht. Ich will den nicht abschreiben, ich will den jetzt auch nicht komplett schlecht reden, der hat ja auch seine Karriere und so weiter hingelegt, aber der muss jetzt erst mal mal eine Pause kriegen. Das ist halt gar nichts mehr und ich bin echt auch ein bisschen so menschlich enttäuscht, wie die Spieler sich da hinstellen nach solchen Spielen und keine Ahnung, für mich fühlt sich das nicht richtig an, wenn er da ein Interview gibt. Ja, also ich finde, man sollte ihn jetzt auf jeden Fall erst mal die nächsten zwei, drei Wochen mindestens nicht spielen lassen und ihn in die U23 da einsetzen, wenn er das möchte oder er muss halt auf der Tribüne einfach sitzen. Aber es würde leider einfach nicht passieren, weil wir einfach ein Verein sind, der in solchen Situationen einfach zu kleine Eier hat und das einfach nicht durchsetzen kann. Tut mir leid, dass ich das ausdrücken muss, aber es ist einfach so. Es wird nicht passieren. Baumgarde wird nächstes Spiel wieder in der Startelf sein, bin ich mir ziemlich sicher. Weil erstens natürlich die mangelnden Alternativen, aber auch zweitens einfach, dass man da einfach sagt, ja gut, hat er halt wieder ein Interview gegeben. Das interessiert die alle gar nicht. Also ich glaube, dann ist es einfach wirklich völlig egal, was der da labert. Sonst hätte man einfach gesagt nach diesem Skandalinterview mit Thomas Reis, yo Timo, du warst jetzt eine Woche suspendiert, du gibst jetzt erstmal einen Monat keine Interviews mehr, weil das ist doch klar, dass er wieder Interviews geben wird, die polarisieren. Das muss man wissen. Und wenn er dann wieder ein Interview geht, dann hat er das entweder gemacht, weil er da selber Bock drauf hatte oder weil Schalke es einfach schlecht gemanagt hat. Und ich glaube, es ist einfach das Zweite, weil wir auf so vielen Ebenen so schlecht geführt werden. Ich meine, das, was der gesagt hat, ist okay. Er hat gesagt, die Mannschaft hat die Leistung nicht gebracht und auch ich habe die Leistung nicht gebracht. Das, was er gesagt hat, Ja, aber das möchte einfach gerade keiner hören. Ich will einfach nur nicht, dass er das sagt und sich da hinstellt nach einfach ein anderer Spieler. Einfach wegen der Vorgeschichte plus, dass er gerade in die, wenn er jetzt drei Tore gemacht hat im Spiel, geh, stell dich da hin. Lass dich feiern, okay. Aber jetzt mit dieser Vorgeschichte, dass er wieder der Erste ist, der Interviews gibt, kann ich nicht nachvollziehen. Und wie du gesagt hast, ist ja nicht so, als ob er über Leistungen sich den Platz irgendwo empfiehlt. Der Mann hat aus der HSV und in dem einen Spiel, wo er suspendiert hat, jedes Spiel gespielt. Eins hat er gegen Pauli fünf Minuten, wurde er vorher ausgewechselt. Ansonsten jedes Spiel 90 Minuten gemacht. Jedes Spiel hat er 90 Minuten gemacht. Immer wenn er gespielt hat, 90 Minuten durch. Und wir sind aber die schlechteste Abwehr mit Osnabrück in der Liga. Der ist da mehr als beteiligt dran. Ja, absolut. Und das ist einfach und das hat nichts mit Eier zu tun oder sowas. Du musst den Spieler nicht suspendieren, der kann weiter trainieren, der kann weiter Vollgas geben. Einfach aus sportlichen Gründen braucht dieser Spieler eine Pause, weil wir müssen die Abwehr umbauen, weil das nicht funktioniert. So einfach ist das. Du musst was verändern. Kaminski Baumgartel funktioniert nicht in der Viererkette, funktioniert jetzt auch nicht in der Fünferkette. Da musst du was ändern. So ein Cissé hat auch nicht im ersten Spiel funktioniert, aber die anderen funktionieren in den weiteren Spielen auch nicht. Vielleicht ist Cissé eine Möglichkeit. Kalasch hat mir am besser gefallen wie die anderen zwei. Vielleicht tust du Cissé und Kalasch mal zusammen. Oder aber du holst einen Brunner rein. Je nachdem. Fakt ist aber, es muss sich was ändern. Und wenn es auch jemand aus der U23 und der A-Jugend ist, die Abwehr muss sich verändern. Aber natürlich auch andere Positionen sollte man mal überlegen, da was zu verändern. und wir haben jetzt im Mittelfeld gesehen, wie du gesagt hast, dass das auch nicht funktioniert hat. Du kannst eigentlich die ganze Mannschaft kannst du sagen, hat nicht funktioniert. Sagen wir mal, Kalasch hätte vielleicht eine Vier bekommen. Sagen wir mal, von mir aus, Kabadai würde auch eine Vier kriegen, der hat wenigstens ein bisschen was probiert. Sorry, Unlassene, sage ich mal, auch eine Vier, der wenigstens Chancen herausgearbeitet hat, auch wenn er die über Stor geballert hat. Sagen wir mal, die drei Spieler kriegen eine Vier, Vier Minus vielleicht sogar noch, alles andere ist im Fünfer, Sechser Bereich und Sechser auch nicht zu wenig. Da waren viele Spieler mit dabei, die wirklich Leistung verweigert haben, die wirklich, ich habe jetzt keine Statistik, ich habe nur die Statistik von der gesamten Mannschaft, dass die sechs, sieben Kilometer weniger gelaufen ist wie Karlsruhe, weil da kann man ja mal die Pappenheimer, kann man ja mal recherchieren, wer das genau ist, wer so wenig läuft bei uns im Team. Aber auch noch eine Sache, über die ich mit dir reden wollte, also erstmal Lassme und zweitens auch im Tor Fährmann, erstmal wie du die Entscheidung vor dem Spiel fandest und wie du sie jetzt nach dem Spiel findest. Also Fährmann war so eine Entscheidung für mich 50-50, ich muss sagen, ich wäre schon den Weg mit Hekerin gegangen, weil das auch mal so ein junger Torwart ist, also ich war schon so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, ich hätte jetzt geiler gefunden mit Hekerin, aber Fährmann, so sofort im Spiel habe ich gesagt, ist aber auch, wo ich sage, der Junge hat so eine gute Rückrunde gespielt in der Bundesliga, hatte dann Pech mit der Verletzung, ansonsten wäre er halt die unangefochte Nummer 1 gewesen. Jetzt nach dem Spiel, ich meine, Fährmann hat jetzt keine großartigen Riesenfehler gemacht, aber der hat halt diesen einen Pass oder so in den Lauf des Gegners gespielt, wo ich schon so echt ein schlechtes Gefühl dann hatte, ja, Fußball spielen können wir mit ihm vergessen und einige Abstöße sind auch schon echt zum Gegner geflogen oder halt irgendwo hin, aber nicht zum Terrode oder so. Man hat schon deutlich gemerkt, dass das viel schlechter gewesen ist, als mit dem Hekerin im Spiel davor und Namensspiel sag ich, ja, mein Gefühl hat sich nicht so geirrt, also ich glaube, mit Hekerin wäre die bessere Wahl gewesen, auch für, sag mal so, für die Zukunft so gedacht, weil Fährmann ist halt jemand, der schon älter ist, der hat seine Karriere schon oder der hatte seine besten Leistungen schon hinter sich so und der ist jemand, der sehr verletzungsanfällig ist, das heißt, selbst wenn er jetzt zwei, drei gute Spiele hat, kann immer wieder der Moment kommen, wo der dann zwei, drei Wochen wieder raus ist, wenn nicht sogar noch schlimmer. Der hat halt nicht mehr diesen Körper, der verlässlich ist, sondern der ist halt wirklich immer wieder gut für eine Verletzung, wenn du dir schon allein die letzten zwei Jahre oder so anguckst und dabei war der ja nicht überall immer der Stammspieler. Wie oft hat jetzt Langer in den letzten Jahren ausgeholfen so und bei Lasme muss ich sagen, hat mich vor dem Spiel verstanden, habe ich auch nach dem Spiel verstanden, also der ist halt derjenige, der mit seiner Geschwindigkeit da Akzente setzen kann und für mich war halt auch nicht die Alternative gerade da, weil ich hätte keinen Bock gehabt auf Polter der Rodde und Caraband steht ja gerade nicht zur Verfügung wegen der Sperre, deswegen war das für mich schon logisch, da den Lasme einzusetzen. Und du? Also erstmal bei Fährmann, ich fand vor dem Spiel ähnlich wie du 50-50, also einerseits finde ich schon, dass Fährmann die Chance irgendwie verdient hat und nochmal seine Qualitäten zu zeigen, einfach wenn du darauf guckst, wie halt die Rückrunde in der Bundesliga war, weil wenn wir diesen Fährmann gerade im Tor gesehen hätten, dann wäre das natürlich immens stark gewesen und ich glaube, dann hätten wir das Spiel nicht 3-0 verloren, sondern hätte er vielleicht nochmal 2 gehalten, aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, auch wenn da keine Fehler dabei waren, er hat einfach keine Sicherheit ausgestrahlt für mich, also es war jetzt nicht schlecht, was er da gespielt hat, aber es war auch wirklich weit entfernt von gut, also es war halt so ein Spiel, ein guter, wie gesagt, ein guter Fährmann in Form hätte da mindestens eingehalten, bin ich mir sehr sicher und das Aufbauspiel hat er sich gefühlt wieder zurückentwickelt, also in der Bundesliga war das ja teilweise echt ganz ordentlich und das war halt wieder absolut der alte Fährmann, also da kam kein Ball an, dieser eine Fehlpass da war katastrophal, also von vorne bis hinten kein Aufbauspiel und auf der Linie war es halt okay, aber auch wirklich nicht mehr und in der Bundesliga war es gut bis sehr gut. Ja, ich bin auch, also ich weiß nicht, ob du das auch so findest, aber ich fand, der sah halt auch nicht fit aus, der sah halt sehr übergewichtig aus, der sah halt gar nicht in Shape aus irgendwie, sondern Ich glaub, der war auch noch ein paar Wochen, um wieder zurückzukommen. Ja, auch so in den Bewegungen oder wenn er mal gesprungen ist, da war gar keine Explosivität irgendwo drin, ne? Ja. Also, da hätte man den wirklich noch ein bisschen aufbauen können oder ja, ein bisschen mehr einfach trainieren, vielleicht ein paar Testspiele den auch geben können, so, ne? Das ist halt, das hat man halt schon gemerkt, dass das nicht der Fährmann ist, der damals bei uns in der Bundesliga gespielt hat. Komplett. Und nochmal zu Lassmer, also ich meine bei Lassmer gar nicht Startelf, sondern ich meine einfach generell, wie du ihn im Spiel fandest. Also ich glaube, dass er spielen musste, steht da so mehr oder weniger außer Frage. Ich meine, Karaman war nicht da. Der ist noch so ein Spieler, wo ich mir Hoffnung mache bei den nächsten Spielen, weil das ist unser absolut bester Spieler im Kader, meiner Meinung nach, aktuell, den wir noch haben, der auch aus eigenen Situationen was schaffen kann, der für andere auch was schaffen kann. Also bei dem habe ich wirklich nochmal ein bisschen Hoffnung. Aber zu Lassmer, also ich fand, man hat wieder extrem gute Ansätze bei ihm gesehen, also Tempo wirklich überragend, hat dann auch teilweise echt gute Momente, wo er mal Gegner aussteigen lässt. Auch dieser eine, ich würde schon fast sagen, Skill-Move, den er da gemacht hat vor dem Pass auf Aujan, falls ich daran erinnern kann. Ja, wo der den auf dem Fuß geklatscht hat und dann weiter. Genau, ja. Sowas hat dieses Spielfreudige und so weiter hat mir auf jeden Fall gefallen. Nur, worum es mir geht, also vor dem Tor, ich verstehe nicht, wie man den einen Ball da wieder so kläglich drüber knallen kann. Ich fand, Torotte war auch relativ frei, also klar, ein bisschen gedeckt, aber ich meine, du kannst da versuchen abzuspielen oder du machst ihn halt wirklich rein, aber ich finde, der Ball muss aufs Tor, da kann ich schon wieder drüber fliegen. Und er hat auch noch eine andere Situation gehabt, wo man den auch machen kann. Also ich finde, einen von beiden sollte er schon machen. Klar, auf jeden Fall. Also der hat ja, also ich habe auch erst mal gedacht, spiel den doch rüber auf der Rodde. Dann habe ich aber so die andere Kameraperspektive gesehen und der Passweg war schon zugedenkt. Ich bin mir ziemlich sicher, spielt er den rüber, pitscht der Karlsruher einfach rein und dann geht der Ball zur Ecke. Ich fand schon klug, dass er da den Abschluss gesucht hat. Man muss sagen, das war schon sehr knapp, der war jetzt, der war jetzt nicht total verschossen, aber ganz klar, den musst du eigentlich, den musst du eigentlich machen, so. Winkel war jetzt auch nicht super spitz, der war schon, also der war schon nicht zentral gerade, wo der auf dem Torwart zugelaufen ist, aber der, das war jetzt kein super spitzer Winkel, plus der war, der war schon tief im Strafraum drin, eigentlich in so einer echt guten Schussposition und frei, der konnte einfach, der wurde nicht gestört irgendwie. Klar, das weißt du aber auch selber, den muss der machen, so der ist ja auch ein Stürmer, so ganz klar. Der zweite Ball fand ich schon ein bisschen schwieriger, den zu machen. Ja. Aber den ersten, kann man auch machen, auf jeden Fall. Also die meisten machen den rein, also zum Beispiel, wenn er ein Kabadah gestandert hat, den hat er in den letzten Spielen immer reingemacht, deswegen. Safe, also ganz klar, das muss der machen, so. Und, ja, aber auch darüber hinaus finde ich ihn halt auch häufig unglücklich, so mal im Zusammenspiel, trifft er eine schlechte Entscheidung oder hat einfach technisch mal so ein, ich will gar nicht mal sagen, dass er so technisch schlecht ist, weil das ist er nicht, aber der hat irgendwie so gefühlt so Unkonzentriertheiten drin oder so Flüchtigkeitsfehler, so, die auch nicht sein müssen, so, keine Ahnung, also zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, wenn der, der spielt richtig gut mit dem Karamann zusammen, ist dir das mal aufgefallen? Nicht so extrem, aber ich finde trotzdem, dass unsere beiden besten Flügeloptionen sind eigentlich, ja. Ja, mit dem kann er auch richtig gut mal kombinieren, aber ich weiß nicht, woran das liegt, dass der dann jetzt gerade so, halt, sah es teilweise so aus, als ob der keinen Fünf-Meter-Pass hinkriegt, lag das vielleicht auch daran, dass die anderen nicht gelaufen sind, dass da keiner mal so ein, so ein, Laufweg gegangen ist, oder keine Ahnung, weiß ich nicht, aber, ja, das auch noch dazu, aber Terrode beispielsweise, ne, der ja auch Stürmer gespielt hat, der hat halt diese Chancen sich nicht herausgearbeitet, mit Terrode, wenn du halt wirklich nicht das Spiel machst, bist du halt einer weniger. Ja. Also das ist, das ist leider so, und wenn, wenn der Gegner mehr Ballbesitz hat, als du, dann bringt es auch gar nicht, mit Terrode zu spielen, deswegen funktioniert ein Terrode auch nicht in der Bundesliga, und mittlerweile sind wir leider in der zweiten Liga auch so ein Abstiegsteam, wo der Gegner das Spiel macht, und wir einfach nur zugucken, und da brauchst du auch eigentlich keinen Terrode aufzustellen, und auch keinen Polter. Deswegen fand ich das sogar gar nicht mal so schlecht, als der mit Last mal einzige Spitze gespielt hat, so in der Zweieinhalbzeit, weil mit dem Polter wurde es dann auch nicht besser, aber das kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt Underdog werden in der zweiten Liga, so. Ja, deswegen, ich finde es auch ganz interessant, wie würdest du jetzt im nächsten Spiel aufstellen, also von vorne, ja andersrum, von hinten bis vorne durch? Ja, lass uns, lass uns, lass uns da drüber kommen, wenn wir über Hannover sprechen. Okay. Ich würde sagen, um chronologisch zu bleiben, als Thema, lass uns mal kurz über die Tabellensituation sprechen, weil die hat sich jetzt extrem verschlechtert. Vor dem Spieltag standen wir ja noch relativ, was heißt relativ, wir standen schon sehr, sehr schlecht da, auch auf dem Relegationsplatz, aber so der Anschluss zum 15. Tabellenplatz war ja noch gegeben. Wir hätten, wenn wir Karlsruhe geschlagen hätten, hätten wir die überholen können und hätten den Abstiegsplatz verlassen. Jetzt sieht die Situation so aus, dass wir von den Mannschaften über uns die schlechteste Tordifferenz haben, plus wir haben mittlerweile 5 Punkte, also quasi 6 Punkte Abstand auf denen. Das heißt quasi, zwei Spiele musst du erstmal gewinnen. Das ist auch die Frage, wann wir oder wie wir gewinnen überhaupt erstmal. Du müsstest theoretisch zwei Spiele gewinnen, um den Relegationsplatz zu verlassen. Ich habe bei mir im YouTube-Titel zum Fazit, zum Spiel, zum Realtalk, zum Spiel geschrieben, uns fehlen gerade 5 Punkte, um überhaupt erstmal einen Abstiegskampf zu haben. Mittlerweile ist das ja gar kein Abstiegskampf mehr, sondern wir haben jetzt die drei Absteiger, die schon quasi fast feststehen und es ist nur die Frage, wer sich noch über den Relegationsplatz noch ein Hintertürchen offen lässt. Und vor dem Sonntag hätten Osnabrück und Braunschweig hätten die einen Dreier geholt oder Osnabrück hätte, mit dem Punkt wären die immer noch hinter uns wegen der schlechteren Tordifferenz, aber hätten die beiden gewonnen, dann wären wir vor dem Spieltag schon letzter gewesen und auch nach dem Spieltag wären wir letzter gewesen. Wir können eigentlich nur von Glück reden, dass Braunschweig und Osnabrück gerade auch nicht so punkten. Und wenn wir ehrlich sind und die Spiele gucken, wo wir gepunktet haben, das war nämlich gegen Magdeburg, wo Magdeburg sich echt schlecht angestellt hat, da haben wir den Dreier geholt, mit den Fans im Rücken und nochmal haben wir Magdeburg einfach geschockt, dass wir da überhaupt nochmal zurückgekommen sind, weil das Spiel wäre eigentlich in 90% der Fällen schon verloren gewesen. So, dann hatten wir dieses eine Spiel, wo wir aus Glück zwei rote Karten beim Gegner hatten, wo wir es trotzdem fast nur aus der Hand gegeben hätten und dann hatten wir, glaube ich, gegen Braunschweig noch einen Punkt geholt, die jetzt letzter Platz sind auf Platz 18. Ich glaube, es war sogar Wiesbaden. Braunschweig hatte gegen uns gewonnen nach dem Pokal. Braunschweig hat sogar gegen uns gewonnen, genau, im Pokal war das, wo wir... Ja, und Wiesbaden hatten wir irgendwie einen Punkt noch geholt, so. Und Wiesbaden hat auch nur zwölf Punkte, das sind eigentlich so die Mannschaften, die eigentlich auch im Abstiegskampf hätten sein müssen, aber die, wo wir jetzt diese fünf Punkte Abstand zu haben, das ist schon brutal, ne? Und das Krasse ist einfach, es wird jetzt auch nicht leichter. Also, es geht jetzt weiter, jetzt kommt Hannover, die sind vierter aktuell. Das ist krass, ja. Ja, dann kommt Pauli im Pokal und dann kommt der Klub. Und dann wird es erstmal ein Spiel, auch nur in Anführungszeichen, ein bisschen entspannter mit Elversberg. Hier war auch extrem gut aktuell, spielen in der zweiten Liga. Also viel besser als vierter. Elversberg ist siebter, die haben 15 Punkte geholt. Ja, ja. Die haben auch 15 Tore gemacht. Du, von nah her wird es mal entspannt. Aber ansonsten auch nicht. Das ist halt wirklich Wahnsinn. Dann kommt Düsseldorf, das ist überhaupt gar nicht entspannt. Und dann kommt Osnabrück. Das ist dann ein Sieg, den wir auf jeden Fall holen müssen, sonst wird es ganz, ganz kritisch. Ja, aber also wirklich die nächsten, man denkt so, ja, wir haben jetzt ganz viele krasse Gegner gehabt, aber es geht halt genauso weiter. Also die Namen werden jetzt nicht kleiner, die wir jetzt bekommen. Ja, und keine Ahnung, also das sind viele Mannschaften, die gerade auch so im Aufstieg spielen, die gute Kader haben. Mein Hertha BSC hat jetzt gegen Nürnberg verloren. Da hat man auch gedacht, ja, die sind jetzt wieder zurück. Das ist eigentlich ein Aufstiegskader und so weiter und so fort, eben nicht. Die sind auch jetzt gerade mit zwölf Punkten sind die total schlecht reingestartet. Und da sind halt eben zehn Mannschaften, die gerade besser sind wie Hertha. Aber klar, die gewinnen gegen uns. Ziehst du denen den Sieg gegen uns ab, weil im Moment gewinnt halt jeder gegen uns, steht Hertha bei neun Punkten und wäre eigentlich auf Platz 16, ne? Ja. Wenn wir nicht gehen, oder auf Platz 15 von mir aus. Die wären halt komplett unten mit drin. Wenn wir gegen die gewonnen hätten, wären wir auch vor denen. Ja, das ist schon sehr, sehr schwach, sehr, sehr schlecht, wie wir dastehen. Glaubst du denn, jetzt kommt eine Wendung gegen Hannover, weil, oder generell so in den nächsten Spielen perspektivisch? Ich sehe da gerade richtig schwarz. Es ist extrem schwierig. Also es ist wirklich komplett ins Blaue, was man da jetzt eigentlich zu sagt. Also das eins, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ich weiß nicht, irgendwie gegen Hannover habe ich das Gefühl, gewinnen wir immer. Aber wenn wir jetzt gegen Hannover nicht gewinnen, dann weiß ich ja nicht, wann wir sonst gewinnen sollen. Ich glaube, Pokal können wir direkt im Kopf schon mit abschließen. Ich glaube nicht, dass wir da gewinnen. Vor allem auf St. Pauli noch. Nicht mal im Heimspiel. Klub ist auch auswärts. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie wir Spiele gewinnen sollen. Das ist schon mal das Erste. Also jetzt rein sachlich, wenn du einfach nur drüber nachdenkst, so wir kriegen jedes Spiel mindestens zwei, drei Gegentore. Und du denkst dir halt, ja gut, wie sollen wir jetzt jedes Spiel vier Tore machen? Und dann musst du nochmal weiterdenken. Wer soll die Tore machen? Also klar, Larsson-Mekann mal ein Tor machen. Karamann ist jetzt zurück. Ich hoffe, dass er jetzt wieder halbwegs für uns ein bisschen die Offensive im Kopf hat. ich habe ja auch noch ein Hot-Tag gelaufen. 20 Tore, 20 Scorer in der Saison. Mal schauen, ob das noch was wird. Ja, Terodic hat eigentlich das Potenzial, was zu machen. Aber wirklich, ich muss es leider so sagen, wie es ist. Du kannst mit dieser Defensive, das kannst du nicht ausgleichen in der Offensive. Normalerweise, wenn du zwei Tore pro Spiel schießt, musst du irgendwie gewinnen. Aber das passiert einfach bei uns nicht. Und meiner Meinung nach, wenn du eine gute Defensive hättest, hättest du auch einfach viel mehr Möglichkeiten, nach vorne umzuschalten. Aber wenn es hinten schon nicht gut läuft, kannst du auch nicht gut nach vorne spielen. Und da ist auch einfach keine Gefahr mehr von einem Auean, die da irgendwie mal ausgeht. Keine vernünftigen Flanken, keine vernünftigen Standards. Merkin wird einfach komplett auf der Bank gelassen, der, finde ich, mit einer der formstärksten Spieler zuletzt noch bei uns war, bis auf das letzte Spiel. Generell einfach so Personalentscheidungen, die ich einfach nicht verstanden habe. Und dann muss man auch einfach ganz ehrlich sagen, also mit der Aufstellung, die wir heute auf dem Platz hatten, ist es auch einfach stürdig, irgendwie vernünftig nach vorne zu spielen. Ja, voll. Und ich glaube, perspektivisch, das war ja so ein bisschen die Frage, glaube ich halt, dass wir uns irgendwie in die Winterpause retten müssen mit dem Kader, wie wir den derzeit haben. Und dann... Und dann einen Innenverteidiger brauchen. Ja, und dann, ja, nicht nur Innenverteidiger, du musst auf ganz vielen Positionen, du brauchst halt im Prinzip so einen Umbruch nochmal im Winter. Und da geht es auch gar nicht in Richtung Aufstieg nochmal irgendwie zu gucken oder so. Da geht es halt... Nee, das sowieso nicht. Ja, da geht es halt wirklich einfach um richtigen Klassen erhaltet. Da musst du auch vielleicht ein paar Spieler holen, die da Erfahrung haben. Brauchst du wirklich Spieler, die dafür gemacht sind und die zumindest mal die 100% auf den Platz lassen. Und entweder kriegst du die Spieler noch verkauft oder du musst halt dann wirklich auf die Tribüne setzen, was auch immer. Aber so kommst du auf jeden Fall nicht weiter. Und da kommen wir natürlich auch noch zum nächsten Punkt. Und da habe ich am meisten Angst von, wenn ich daran denke, dass Knebel und auch Heschenmann die Wintertransferperiode dann noch kriegen werden. Ja. Weil wir haben ja jetzt einen neuen CEO, der aber erst ab Winter anfängt. Der jetzt, weiß nicht, ob das ein 90-Tage-Plan war oder ein 60-Tage-Plan. Der hat auf jeden Fall irgendeinen Plan aufgestellt, hat er gesagt, in seiner, ähm, in seinem Amtsantritt. Und bis die Sachen, die Punkte, die er da gefunden hat, bis er die umsetzt, das ist die Transferperiode schon abgelaufen. Und auch, wir können jetzt gar nichts verändern, weil Peter Knebel ist ja Vorstand, einer von zwei, dann ab Januar dann sind es drei. Aber wir brauchen oder wir müssen ja laut Satzung zwei Stellen. Das heißt, Knebel hat ja gerade den unkündbaren Job. Und, ähm, die haben ja auch gesagt, im Februar treffen die die Entscheidung bei Knebel frühestens. Ähm, das heißt, wir, wir übergeben den Leuten, wo eigentlich jeder Schalker sich einig ist, die werden im Sommer nicht mehr bei uns sein, geben wir denen nochmal die wichtigste, vielleicht die wichtigste Transferperiode unserer Vereinsgeschichte. Ja. Geben wir denen nochmal, dass die da nochmal alles probieren können, hoffen, träumen, wünschen müssen wir, dass das besser ist. Da brauchst du ganz, ganz viel Fantasie, dass die das, dass die dann auf einmal die, die perfekten Spieler für uns finden. Und, ähm, das ist jetzt die Perspektive dann, also bis zum Winter und dann nahem Winter. Und das ist schon die katastrophalste Entscheidung, finde ich, die unser, unser Aufsichtsrat da auch getroffen hat, den CEO erst ab Januar zu präsentieren. Weil, das, da hab ich ja auch am Anfang gesagt, ich bin sauer auf mich selber, dass ich so mit dem Interview vom Aufsichtsrat plus neuen Trainer auf einmal wieder Euphorie bekommen hab. Ja. Nämlich, es geht eigentlich darum, hier die Existenz des Vereins zu retten und mit dieser Entscheidung dem CEO, die da getroffen worden ist ab Januar, da hast du auf sportlicher Ebene die Kompetenzen hast du jetzt nicht verändert. Wir haben immer noch keinen Chef-Scout, wir haben Heschelmann, der ein Wookie ist als Sportdirektor, der die letzte Transferperiode in den Sand gesetzt hat und ein Knebel, der ein Lame Duck ist, der jetzt ab Januar weg ist. Und das ist unsere Perspektive, um im Winter dann nochmal alles auf rechts zu drehen und da den Verein zumindest dahin kriegen, dass wir nicht im freien Fall in die dritte Liga gehen. Boah, da krieg ich Angst vor, da krieg ich echt Angst zu stellen, wenn ich so an den Winter denke, wenn es so weiterläuft und wie wir gerade festgestellt haben, wie du auch gesagt hast, mir fehlt viel Fantasie, dass wir jetzt auf einmal gegen Hannover anders auftreten. Wir haben jetzt schon den dritten Trainer gehabt, Trainerwechsel bringt auch halt nichts mehr so. Das hatten wir auch in der Abstiegssaison irgendwann gehabt, fünf Trainer, sechs Trainer und ja, je mehr Spiele du auch verlierst, je mehr Spiele du nicht gewinnst, desto schlimmer wird es ja auch. Der Teufelskreis wird immer schlimmer, du kommst nicht aus dem Loch raus und die Mannschaft kriegst du dann auch nicht mehr aufgebaut. Ja, das ist die Perspektive, die ich gerade sehe. Das ist echt also dritte Liga Incoming so, das ist wirklich, das ist, das ist nicht, nicht irgendwie, das ist das, was uns erwarten wird, wenn sich nicht irgendwie was richtig krass verändert. Das steuern wir gerade voll zu. Ich werde auch immer saurer, wenn ich einfach zurückdenke an diese Transferphase, die Hechemann da performt hat. Also wir haben uns ja wirklich alle relativ gut euphorisieren lassen von diesen Transfers wie Schallenberg, Tempelmann, so semi-euphorisiert von, aber da waren ja wirklich ein paar Transfers bei, wo wir gesagt haben, ja okay, das kann schon irgendwie was werden, da wächst was zusammen, Schallenberg ist auch erst 24 und so weiter und so fort. Aber wenn du einfach mal daran zurückdenkst, Hechemann hat Bülter für drei Millionen an Hoffenheim abgegeben, obwohl er noch zwei Jahre Vertrag gehabt hätte, der hätte bei uns wirklich die Offensive so dermaßen belebter vorne mit Torotter zusammen, das ist einfach das funktionierende Stürmer-Duo der zweiten Liga gewesen vor zwei Jahren. Die haben mehr Scorer zusammen gehabt als Duxch und als Füllkrug zusammen, die ja selbst in der Bundesliga funktioniert haben und die reißt du auseinander für drei Millionen, obwohl du die ganze Zeit gesagt hast, unter fünf Millionen geht gar nichts. Dein eigentlich hoffnungsvollstes Talent abgesehen von Nuedra Ogo, den wir jetzt mal ausklammern, mit Salazar hast du auch verkauft, wo ich sage, die Summe war okay, aber da musste ein Ersatz kommen, habe ich die ganze Zeit in jeder einzelnen Folge, wo wir über die Transfers gesprochen haben, habe ich immer gesagt, ja, schön, die Transfers, die wir bisher gemacht haben, waren ordentlich, lassen wir ganz gut, Müller ist ja auch okay gewesen, Schallenberg und so weiter, aber da muss offensiv noch was kommen, da erwarte ich mir nochmal einen vernünftigen Kreativspieler, ich habe immer wieder Musliya in den Raum geworfen, der auch gegen uns übrigens, ich glaube, drei Scorer gemacht hat, weil wir da auch wieder untergegangen sind und so ein Spieler ist einfach nicht gekommen, wir haben einfach gesagt, ja okay, Dometh Drechsler, unser 32-jähriger Zehner und Asanwe Drahogo, der 17-Jährige, der mit dem Kopf schon woanders ist, die machen das schon irgendwie über die Saison hinweg kreativmäßig und dass das nicht aufgeht, das musst du einfach als Sportdirektor, als Sportvorstand, musst du das einfach wissen, also tut mir leid, du kannst so nicht den Kader planen, das geht nicht, selbst wir haben das gesagt, wir sind irgendwelche rausgepickten Schalke-Fans, die hier einfach einen Podcast machen, weil sie es ganz cool finden und selbst wir haben gesagt, wir brauchen einen Kreativspieler, wirklich, da könnte ich schon wieder an die Decke gehen. Das ist halt amateurhaft geplant, ich glaube aber auch generell vom Verein sehr, sehr amateurhaft, weil ich glaube, weißt du, ich glaube, ich glaube, der Verein ist so amateurhaft geführt, dass die mit diesen Sponsorgeldern fest eingeplant haben, dass wir die Sponsorgelder nicht bekommen haben und dann über Transfererlöse das auf Spielerseite aufgefangen haben. Anders erschließt sich mir nicht, warum wir kein Geld mehr hatten für Neuzugänge, wir haben ja diesen Sponsor verloren, der ja 5 bis 6 Millionen im Jahr garantiert hat, Feldhins bietet oder hat uns für ein Jahr unter 2 Millionen geboten, was wir noch dankend angenommen haben, um überhaupt einen Sponsor zu finden, plus der Ärmel-Trikot-Sponsor ist ja jetzt auch insolvent, da kriegen wir keine Zahlung, also wir haben eine Riesenlücke von unseren Sponsoren, generell sind ja auch einige schon abgesprungen per se, Premium-Sponsoren, dass wir da auch den Schröder so lange haben machen lassen und den scheinbar auch ausgewählt haben, der da überhaupt nicht reingepasst hat, war auch schon mal nochmal ein Riesenfehler vom Aufsichtsrat, der und unser Verein wird und ist richtig amateurhaft geführt worden, jetzt über die letzten Jahre sportlich, muss ich auch sagen, auch wenn menschlich sein Abgang sehr, sehr schlecht war, hat Ruben Schröder noch sehr, sehr viel gerettet bei uns, so, da hat auch, der hat auch den Sommer, hat er zu viele falsche Entscheidungen getroffen, aber auch er, ihm wurde da teilweise auch die Hände gebunden, glaube ich, auch einfach, weil er halt eben nicht so Spieler wie Itakura verpflichten durfte, plus, ähm, dann auch Spieler wie Ciao abgeben musste, weil, ja, finanziell diese Vorgaben existieren, ähm, ähm, da war vom Schröder falsch, dass er da diesen, diesen, ähm, ähm, diesen Umbruch machen wollte, trotz Aufstiegsmannschaft und natürlich die Trainerwahl ging komplett in die Hose, da muss man aber auch fragen, warum, vielleicht auch an Gehaltsgründen oder Ablösegründen hat man sich da auch auf der Trainerposition totgespart, ähm, will ich auch alles gar nicht so bewerten, aber aktisch ist einfach unsere Vereinsführung sehr, sehr, sehr amateurhaft und auch in der zweiten Liga schon im Aufstiegsjahr haben wir das alles ganz, ganz knapp geschafft, wir haben auch da sehr, sehr amateurhaft, äh, sind wir da aufgetreten in vielen Bereichen so und hätte der, hätten wir nicht dieses Wunder eigentlich, das ist ja quasi ein Wunder gewesen gegen Ende, nochmal verbracht mit dem, äh, Maik Büskens, dann wären wir da auch in der zweiten Liga geblieben und dann hätten wir auch keine Bundesliga-Saison gehabt. Und das war mich gerade wirklich nochmal am sauersten, dass es gerade so weit gekommen ist bei Schalke, dass ich mir gerade Dimitrios Gramozas Fußball zurückwünschen würde im Vergleich zu dem, was wir gerade sehen, das ist wirklich der Wahnsinn, das kannst du dir nicht ausdenken. Toll, ja, so ist das leider und, ähm, ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr drastisch, äh, ja, lasst uns mal positiver werden, wobei das ist auch nicht positiv, es stehen sieben Millionen im Raum für Oedra Ogo, der scheinbar, gar nicht positiv, ja, ja, der scheinbar im Sommer safe weg ist, also, mich würde es echt wundern, wenn der Spieler noch, ähm, eine Zukunft hat auf Schalke und der hat auch gespielt, jetzt in, in diesem Spiel, als ob der mit dem Kopf komplett woanders ist, aber nicht auf dem Spielfeld. Ja, obwohl der ja noch 24 Spieltage vor sich hat, die er noch spielen muss, ähm, hat es für mich genauso gewirkt, also, der hatte wieder so ein, zwei, auch das schon schwierig, gute Aktion, ähm, war auch extrem in der Mannendeckung, keine Frage, aber der hat für mich auf dem Platz auch keine Ausschalung gehabt, dass er da jetzt mit dem Kopf nur beim Spiel ist und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, wer diese Klausel da gemacht hat, aber, dass du den für sieben Millionen, ja, glaubst du? Ich weiß es nicht. Ist eine gute Maßnahme, glaube ich, ist für uns beiden. Ist ja auch egal, aber, so oder so ist das schlecht. Ja, so oder so, wenn du da so ein hoffnungsvolles Talent in der Jugend hast, klar, du kannst nichts machen, ähm, wenn er dann sagt, ich geh dann so oder so, keine Frage, aber sieben Millionen für so ein hoffnungsvolles Talent jetzt zu bekommen, wo jetzt nicht klar war, aber wo klar war, dass das Risiko auf jeden Fall bestehen kann, ähm, dass du nicht aufsteigst und dass es auch eine Mannschaft sein kann, die aus der Bundesliga den kauft, wobei ich sogar noch weniger verstehen kann, warum kriegst du weniger Geld für eine Bundesliga-Mannschaft, das schädigt dir ja selber nochmal, wenn du selber wieder aufsteigst. Also, unverständlich. Ich hätte einfach gesagt, hier, arm, eine Aufstiegsklausel, 15 Millionen und gut ist, von mir aus, aber dass du da so rumstavinerst, für das kriegst du Geld, für das kriegst du Geld, äh, keiner blickt so richtig durch, es kann auch sein, dass ja in drei Wochen heißt dann, der kostet nur 4 Millionen oder so, also das würde mich wirklich nicht überraschen. Weißt du, was viele aus der Community gesagt haben, auch eben, oder heute, wo ich gestreamt habe, viele haben gesagt, ja, Oldraogo hätte nicht unterschrieben, wenn wir ihm die Ausstiegsklausel von 7 Millionen nicht gegeben hätten. Da muss ich mich aber fragen, also, es ist natürlich auch ein Argument, das man bringen kann, da muss ich aber auch mich fragen, so, ähm, der Spieler, zu dem Zeitpunkt hatte er nichtmals die U17-EM gewonnen, ne, da hat er ja nochmal richtig Scheinwerfer auf sich bekommen. Den hatte keiner zu dem Zeitpunkt, außer irgendwelche Leute, die sich wirklich jedes Spiel von der U17, U19, blablabla, immer angucken. Gut, er hatte schon so, glaube ich, schon so, auch Anfang hat man immer gelesen, aber der war jetzt nicht so im Fokus wie aktuell. Ja, ja, überhaupt gar nicht. Er hat halt auch nur Jugendspiele bisher gemacht, er hatte kein einziges, äh, Profispiel gemacht, so. Nicht mal bei Schalke 2. Ne, eben, da muss man doch sagen, als Schalke 04, wenn du da reingehst und dem Spieler sagst, guck mal, so, du bist jetzt eigentlich, der ist ja eigentlich noch A-Jugendspieler, der ist ja gar kein, der könnte noch ein Jahr bei Norbert Elgert spielen. Wir geben dir aber die Chance, dich weiterzuentwickeln, weil du besser bist als die A-Jugendspieler. Spiel da mal ein Jahr, das geben wir dir, äh, tu dich im Schaufenster, und dann, wo du das erste Jahr so gesehen aus der A-Jugend rauskommen würdest, spiel noch mal ein Jahr bei uns und dann geben wir dir eine Ausstiegsklausel von 7 Millionen, beispielsweise. das generell würde ich sagen, 7 Millionen ist eh Quatsch, aber das wäre ja schon mal was anderes, als der Spieler spielt eigentlich noch in der Jugend, soll aber direkt schon eine Ausstiegsklausel von 7 Millionen haben, so, ab Sommer. Was ist denn da, wie scheiße ist das denn verhandelt? Vor allem direkt mit seinem 18. Lebensjahr einfach schon, das ist Wahnsinn, also, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du es irgendwie nicht machen könntest, dass er erst ab dem 19. Lebensjahr oder halt dann eine Saison später einfach nochmal eine Ausstiegsklausel hat, aber der Schritt, ganz ehrlich, der ist auch einfach viel zu früh für ihn, also, es kann sein, dass sich das Geld, was man jetzt für ihn zahlen würde, auszahlt, 7 Millionen ist wirklich nichts für dieses Talent, was er eigentlich hat, aber er ist überhaupt noch nicht weit genug, um in die Bundesliga zu wechseln, also, selbst für die zweite Liga ist er gerade im Abstiegskampf unterwegs, bei Schalke 04, und sich nochmal vor Augen führen, er hat riesiges Talent, gar keine Frage, und er ist auch erst 17, der wird sich auf jeden Fall noch hammermäßig entwickeln, aber dieser Schritt ist für ihn zu früh, das Geld ist für uns zu wenig, und es wird sich im Endeffekt nur für den aufnehmenden Verein lohnen, weil er dann Uedraogo verleihen wird, wieder in die zweite Liga zu, keine Ahnung, lass es den KSC jetzt als Beispiel einfach sein, dass er da einfach nochmal ein bisschen seine Runden dreht, und dann kommt er zurück, und dann wird er da irgendwie schon seinen Musiala-Weg mäßig gehen, aber es ist trotzdem echt extrem frustrierend einfach, weil es ihm auch nichts bringt, jetzt zu wechseln. Ja, und die Sache ist ja auch einfach, keine Ahnung, Schalke 04 bietet ihm ja sowas, gehen wir nochmal zurück, in dem Moment, wo die Verhandlung ist, der hat sich noch nicht in der U17-EM in den Fokus gespielt, hat eine super Saison in der A-Jugend gespielt, und dann Norbert Elgert, jeder sieht sein Talent, Schalke geht hin, bietet ihm, in den Kader der Profimannschaft zu kommen, sich in der Zweiliga zu präsentieren, sagt, bei uns wirst du Spielzeit haben, wir setzen auf dich, du bist ein wichtiges Kaderbestandteil und du kannst die ersten Schritte im Profifußball machen. Der zahlt ja auch gerade Lehrgeld, ist ja nicht so, dass der jeden Spiel zwei Scorer macht, der hat ein Tor gemacht, ansonsten hier und da mal gedribbelt, wie oft verdribbelt er sich, wie hat er in diesem Spiel performt, der zahlt jetzt gerade noch Lehrgeld, das geben wir ihm auch gerne, aber so ein bisschen Commitment, auch wenn du aus der Jugend kommst, wie viele Spieler haben sich denn in der Jugend über den Weg dann auch in den Profis, haben die sich bewiesen? Guck dir mal Chau an, der ist auch in die zweite Liga runtergegangen noch, obwohl er ein Jahr Bundesliga gespielt hat, geht dann mit uns hoch, wechselt zu AC Mailand so, auch für viel Geld dann am Ende des Tages, wobei es jetzt auch nicht so viel Geld gewesen, wie es hätte sein müssen, aber du hast ja die Chance, McKennie ist für viel Geld gegangen, so, alle unsere Spieler, Jugendspieler, die kommen schon an die Top-Klubs, wenn die bei uns performen und auch weit genug sind für diesen Schritt, das zeigt ja die Vergangenheit so, ein bisschen Commitment aus der Jugend würde ich mir auch wünschen oder halt ein bisschen mehr Verhandlungsgeschick und das glaube ich eher von unserer Führungsetage, ich kann mir gut vorstellen, die waren schon mit dem Kopf irgendwie in der Bundesliga gedanklich, weil die wollten ja Schalke als Top-5-Klub irgendwo etablieren und haben dann so ganz komisch rumgedruckst mit irgendwelchen Ausstiegsklauseln, ich glaube, wenn wir selber in der Bundesliga gewesen wären, wären die Ausstiegsklausel auch deutlich höher gewesen und jetzt sind wir halt da, wo wir sind und keiner hat dieses Szenario durch den Kopf gehen lassen, ja, was machen wir denn, wenn wir in der 2-Liga sind, ja, ach, da sind ja die 7 Millionen viel Geld, ne, aber wenn du dann wirklich in dem Moment bist, ja, klar sind 7 Millionen viel Geld, aber wir hatten auch, aber es könnten halt auch mehr sein, ja, wir hatten halt für den Salazar und den Bülter auch mehr als 7 Millionen eingenommen, hat uns das was gebracht, sportlich gesehen, gar nichts, und jetzt stell dir mal wirklich vor, wir steigen in die 3. Liga ab und dann steht dann da in dem Ausstiegsklauselvertrag drin, der ist ablösefrei oder sowas, ich könnte mir das vorstellen, irgendetwas kommt dann noch raus, ja, minütlich sinkt ja die Ausstiegsklausel, am Anfang hat man was von 20 Millionen gelesen, auf einmal sind 7 Millionen, das ist immer so bei allen unseren Spielern, dass die Ausstiegsklausel auf einmal die ganze Zeit rapide runter sinken und die am Ende dann verschenkt werden für ein Brötchen, und im Sommer ist der für 2 Millionen weg oder wie du gesagt hast, für ablösefrei, weil wir 3. Liga spielen, ja, so wird es kommen, ja, dann lass uns auch das Thema beenden und zum Abschluss auf Hannover kommen und auch auf die Ausstellung, die hast du dir ja gewünscht, haben wir realistisch eine Chance, da zu Hause gegen Hannover zu bestehen, Hannover ist gut in Form, die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele ein Spiel verloren gegen Lautern, ansonsten ungeschlagen und auch nur ein Unentschieden gegen Düsseldorf, die ja auch im Aufstiegsrennen voll dabei sind, ansonsten jedes Spiel gewonnen, unter anderem das 7-0 gegen Osnabrück, auch gegen Fürth beispielsweise 3 Tore erzielt, ja, jedes Spiel getroffen aus den letzten 7 Spielen, das ist schon krass, was da kommt, oder? Ja, also, meine einzigen Worte, die ich dazu so kurz zu sagen habe, sind eigentlich, unsere einzige Chance gegen Hannover ist eigentlich Hannover, weil Hannover hat immer mal wieder diese Aussetzer-Spiele, wo du dir so denkst, also das passiert auch nur bei Hannover oder halt bei uns, also das sind so die beiden Vereine, die du einfach nie durchblicken kannst, wie gesagt, da stecke ich auch ein bisschen drin, sage ich immer mal wieder meinen Hannover-Kumpel, deswegen habe ich da so ein bisschen Erfahrung mit, aber diese Saison wirken die nicht wie das typische Hannover, was ich auch kenne, sondern die wirken wie eine gefestigte Mannschaft, jetzt auch mit Halzenberg noch, der dazugekommen ist, die haben nur 2 aus 10 Spielen verloren, haben 5 gewonnen und 3 mal Unentschieden gespielt und die hatten auch echt gute Mannschaften teilweise mit dabei. Voll. Ich meine, die haben am Anfang 2 Unentschieden auch gespielt, wo man so langsam in die Saison erst reinfindet, ne? Ja, genau. Und seitdem, die haben gegen HSV verloren, 1-0, ganz knapp zu Hause und auf den Betzenberg haben die 3-1 verloren und auf den Betzenberg, wir wissen alle, was Betzenberg ist, da kannst du auch gern mal verlieren so und Lautern ist auch gerade auf Platz 6, also auch oben mit dabei. Ansonsten haben die zwischenzeitlich noch einen Punkt gegen Düsseldorf, die wie gesagt auch oben mit dabei sind und das war auch auswärts, das ist schon, liest sich schon für mich nach dem Start an hier wie so eine Spitzenmannschaft. Voll. Also auch so mit der Tendenz sehe ich die schon auch beispielsweise vor einem Kiel oder auch einem Düsseldorf, Lautern aktuell, die ja auch oben mit dabei sind und eher so auf einer Stufe mit Pauli und HSV. Ja, sogar eine bessere Tordifferenz als der HSV mit 10, die zweitbeste Tordifferenz der Liga. Klar, auch mit dem ist das schön natürlich das 7-0 gegen Osnabrück, aber auch das musst du natürlich erstmal machen. Dementsprechend kommt dann eine ziemlich starke Mannschaft auf uns zu, wo wir wirklich nur darauf hoffen können, dass es einfach wieder typischer Notverwert, dass man so ein Spiel dann auf einmal verliert und wieder durch zum Leben erweckt werden. Aber das ist halt wirklich, boah, ich weiß wirklich nicht, wer bei uns die Tore schießen soll, ich weiß nicht, wie wir keine Gegentore kassieren wollen, es ist extrem schwierig, da irgendwie sich was zusammenzureimen, dass man das irgendwie drehen kann, das Spiel. Kann man wirklich nur darauf hoffen und das ist halt ein Heimspiel. Wir müssen halt hoffen, dass wir irgendwie da das Ruder rumreißen können, sonst wird es ganz schwierig für uns in der Saison und und ich meine, wenn wir das Spiel auch verlieren und Gott bewahre, die Konkurrenz punktet, boah, dann, dann brennt es aber richtig und dann ist auch Gerritz nach zwei Spielen schon direkt unter Druck. Ja, der wird richtig unter Druck, wobei, ich glaube, also für mich ist der nicht unter Druck, weil wir hatten sozusagen Also der wird nicht getauscht, keine Frage, aber ich meine jetzt einfach nur, der hat dann schon direkt Druck unter dem Kessel, dass er dann auf einmal, keine Ahnung, stell dir mal vor, der muss dann acht Punkte aufholen. Ja, klar, das ja, ich glaube, wobei, ich kann mir auch vorstellen, dass auf einmal alle Gerrards rausrufen, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein logischer Fan sich jetzt denkt, ja, jetzt liegst du aber am Trainer. Ja, das wäre schon sehr dumm. Ja, also erstens mit diesem Vergleich aus der Abstiegssaison, ersten Abstiegssaison aus der Bundesliga, wo wir halt die ganzen Trainer hatten und mit dem Vergleich, ja, dass die Mannschaft halt jetzt auch schon unter Reiß und unter Kreuze halt nicht performt hat, ja, weiß ich nicht, fände ich halt schwer, jetzt den jetzt als Schuldigen da hinzustellen. Ich glaube, auch ein Guardiola oder Jürgen Klopp oder wer auch immer, kannst du da gerade hinstellen und die werden auch richtig Probleme haben, da was rauszuholen aus dem Kader. Einer hat es bei mir im Chat geschrieben, finde ich einen sehr, sehr geilen Vergleich, einen toten Gaul zu reiten, das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja. Das kann halt auch kein Trainer der Welt. Ja, dann lass uns mal zur Ausstellung kommen, was würden wir vielleicht machen? Fangen wir im Tor an, ich würde wieder Hekerin spielen lassen. Gehe ich mit, gehe ich komplett mit. Also, Fährmann hat es jetzt nicht ultra schlecht gemacht, es tut natürlich weh, dass er ein Spiel spielt und dann wieder auf die Bank muss, aber da muss, da muss Fußballerisches dabei sein, da muss auch einfach mal frischer Wind dabei sein, auch wenn Hekerin schon ein Spiel hatte, der hat irgendwie nochmal so eine, weiß ich nicht, es hat, irgendwie kommt da einfach mehr. Ich gucke ihn an, du fühlst als Fan mehr und ich glaube auch, die Mitspieler haben da einfach irgendwie ein besseres Gefühl, wenn sie wissen, okay, den kann ich jederzeit anspielen, das ist relativ sicher und das hast du bei Fährmann aktuell nicht, deswegen gehe ich da mit. Headset bei mir ist kurz ausgefallen, deswegen hier auch mit dem Kabel, für die, die den auf YouTube gucken, den Podcast, nee, also wir hatten Torwart Hekerin uns festgelegt, dann kurz zum Spielsystem, spielen wir mit Fünferkette, ich würde sagen, ja, weil das Gerrads Lieblingssystem ist. Glaube auch, ja. Okay, dann, wen hätten wir hinten in der Dreierreihe, also ich kann mal meine durchgehen, ich finde, Cissé gehört rein, ich finde Kalasch und ich bleibe bei Kaminski, weil ich gerne Baumgartler auf die Tribüne hätte und weil ich finde, dass Matriciani jetzt echt in einem Formloch ist und der macht, da macht mir Kaminski wirklich noch den sicheren Eindruck. Kaminski muss natürlich über links starten, ich könnte mir vorstellen, Cissé in der Mitte und rechter Innenverteidiger Kalasch, wie siehst du das? Ja, also für mich sind Cissé und Kalasch auch so die Fixpunkte, die ich auch auf jeden Fall setzen würde, Brunner ist ja leider noch verletzt, den kann man nicht spielen lassen, sonst wäre das mein dritter Innenverteidiger, wirklich, der dritte Innenverteidiger, das kannst du wirklich würfeln, alles außer Baumgartel, ich bin da mittlerweile so weit, dass ich auch sagen würde, mein Gott, dann stell doch, keine Ahnung, Cissé nach links, Kalasch nach rechts und mach in die Mitte Schallenberg als Innenverteidiger, probier einfach mal irgendwas aus, weil wirklich unsere Innenverteidigung so schlecht ist, aber du kannst keine Experimente jetzt gegen Hannover machen, deswegen gehe ich da mit, ich würde auch schweren Herzens Kaminski starten lassen, auch wenn ich es eigentlich überhaupt nicht will und das leistungsmäßig überhaupt nicht verdient ist, gehe ich da mit. Okay, dann haben wir auf der linken Seite, ich glaube es geht zwischen Ovejan und Mörkin, Ovejan hatte jetzt seine Chance, hat mich nicht so überzeugt, ich würde sagen, Mörkin sollte da starten. Ja, also für mich ist Ovejan zusammen der mit Baumgartel, der auf gar keinen Fall starten darf, also war für mich zusammen mit Baumgartel, wie gesagt, der schlechteste Spieler in dem Spiel, auch in den zwei Spielen davor, also was der aktuell performt, ist gar nichts, der ist mit dem Kopf auch schon bei seinem nächsten Verein und der braucht auf jeden Fall auch erstmal eine Spieltribüne, wenn nicht sogar zwei spiele. Dann rechts, ich fand, Kabadai hat es nicht so schlecht gemacht, gerade defensiv hat er mich echt überrascht, auch wenn er hier und da mal ein paar Flanken zugelassen hat, aber der kämpft wenigstens so richtig und uns fehlt ja aktuell auch Brunner so als Alternative, Kamatriciani wäre auch eine Alternative, Mörkin wäre auch eine Alternative nach rechts zu stellen, aber da wir ihn jetzt auf links für Ovejan einsetzen, würde ich bei Kabadai bleiben, was sagst du? Also vor dem Spiel hätte ich auch gesagt, Auejan links, Mörkin rechts, geht da jetzt nicht, finde ich schwierig, also ich überlege halt so ein bisschen, wo würde man am ersten halt Karaman reinstellen und ich weiß halt nicht, ob er dann wirklich diese Schiene spielen sollte, weil ich finde eigentlich, brauchst du diesen Qualitätsspieler gerade weiter vorne, nur ist halt die Frage, wen nimmst du dafür raus, also du könntest natürlich sagen, okay, Torodde hat nicht überzeugt, du nimmst Karaman für Torodde rein und spielst mit Doppelsturmen, lassen wir Karaman, was ich mir auch gut vorstellen kann, trotzdem finde ich, wenn wir jetzt irgendwie es hinkriegen, wieder ein vernünftiges Spiel, Aufbauspiel und so weiter zu spielen, dann kriegst du auch in Torodde wieder in Zähne gesetzt und dann würde er auch wieder seine Tore machen und dementsprechend würde ich wahrscheinlich sogar mit Karaman über rechts erstmal gehen und das ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, würde ich Torodde wieder rausholen und würde dann Kabadai bringen und Karaman weiter nach vorne ziehen, aber ich würde erstmal mit Karaman auf rechts rein starten. Karaman auf rechts? Ja. Weil ich sehe den da halt überhaupt nicht, weil ich glaube, der hat da absolut nicht seine Stärken, also er ist erstens nicht so der Defensiv, der arbeitet auch nicht. Das hatte ich bei Kabadai aber auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da halbwegs reinfighten kann. Aber ich weiß nicht, ich finde Karaman so, der hat halt auch nicht diese richtig krasse Geschwindigkeit, der ist schon einer der schnelleren Spieler, aber jetzt nicht die absolut krasse Geschwindigkeit, aber ja, also wenn ich mich entscheiden würde, würde ich eher Lasme anstatt Karaman über... Karaman natürlich auch so machen, ja. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, weil Lasme halt nochmal schneller ist, ja. Genau, weil Lasme vielleicht, wenn der mal den Zweikampf verliert, dann nochmal schneller hinterherkommt, genau, aber wir haben ja auch eine, ich sag mal, drei Mann in der Mitte, wenn wir mit Doppelspitze spielen, da würde ich auf jeden Fall, wenn er fit ist, Tower spielen lassen, weil ich finde, der hat es nicht so schlecht gemacht und wo der Rechtsverteidiger gespielt hat und ich würde den gerne mal über die Mitte spielen lassen, ist nochmal unbeschriebenes Blatt, kann vielleicht nochmal unverbraucht an die ganze Sache reingehen und wir hatten bisher sehr, sehr viele Kombinationen, die nicht geklappt haben, würde ich sagen, Tower sollte seine Chance kriegen. Ich finde auch, Idrissi kann starten, mal als Zehner, weil der ist jemand, der einer von wenigen Kreativspielern noch im Kader ist und beim dritten Spieler tue ich mich schwer. Ich kann mir vorstellen, Schallenberg, wenn es etwas defensiver werden soll, ich kann mir vorstellen, Tempelmann, ich kann mir Oedraogo vorstellen oder Drexler, was ich mir nicht vorstellen kann, ist Seguin oder Latza. Also ich finde auch, Seguin hat wieder ein sehr schlechtes Spiel heute gemacht, finde ich auch, gar keine Option. Für mich, entweder Spiel Tower oder Schallenberg, ich glaube, dass er wahrscheinlich mit Schallenberg gehen wird, aber ich finde auch Tower prinzipiell eine sehr gute Idee, wo es mich aber auch immer noch nervt, dass wir keine Kaufoption für den hätten, falls er dann eben jetzt doch gut performen sollte. Aber es geht gerade nur um den Abstieg, wenn er jetzt gerade ein Qualitätsspieler für uns ist, dann muss er spielen, punktfertig aus. Also da auf jeden Fall einer dieser beiden Sechser. Dann würde ich, meiner Meinung nach, Drexler spielen lassen, weil du musst Duedraogo zeigen, Junge, du bist 17, entspann dich mal, komm mal wieder klar, konzentriere dich auf den Verein, wo du gerade spielst und bringst ihn dann halt von der Bank für die letzten 10 Minuten erstmal wieder rein. Da auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich mit Drexler gehen, weil ich glaube schon, dass er immer noch diese Qualität hat, die wir auch brauchen aktuell. Defensiv kann er auch nochmal mithelfen, hilft da vielleicht nochmal ein bisschen die Struktur besser hinten zu behalten und ist auch eigentlich, finde ich, nochmal so ein Kämpfertyp, der auch einfach Mentalität mitbringt, der die Spieler nochmal ein bisschen pusht, den hätte ich einfach gerne auf dem Platz wieder. Und die dritte Position würde ich wahrscheinlich mit Tempelmann aktuell gehen, weil es einfach so der Spieler ist, der am wenigsten Momente hat, wo ich mir denke, ach du Scheiß, was hast du da gerade gemacht, sondern da gibt wenigstens nochmal so ab und zu ein paar Momente, wo du denkst, ey, gut, Ball geholt, bla bla bla, da verliert er ihn auch meistens wieder, aber hat er halt trotzdem ab und zu mal gute Aktionen, ist auch so ein bisschen ein bisschen schwerlegt, ein bisschen schnell, kann er mal ein Dribbling machen. So ein kleiner Modric halt, ja. Du hast mich auf jeden Fall überredet mit Drexler, also dann würde ich den Drexler auch als dritte Position nehmen, aber ich finde, Idriss hat auch mal seine Chance verdient, der jetzt auch in der U23 ein Tor gemacht hat. Ich habe sogar ein Tor, eine Vorlage, kann er auch auf jeden Fall frischen Wind bringen. und vorne, tatsächlich, geht es für mich darum, ob Karamann und Lasten als Doppelspitze oder Keketopp, weil ich ganz ehrlich, ich habe es eben gesagt, spielst du mit Polter oder Terodde, bist du ein Spielmann weniger und aktuell ist es nicht so, dass wir eine Mannschaft diktieren können und gerade Hannover nicht und von daher erwarte ich schon, dass Hannover eher das Spiel macht als wir und ganz ehrlich, dann habe ich lieber einen Karamann, der nochmal ein bisschen schneller ist, den du auch vielleicht mal vertikal irgendwie schicken kannst, der auch im Kombinationsspiel viel, viel mehr zu bieten hat als ein Terodde oder ein Polter und Lasten generell, man hat es ja gesehen, vielleicht haut er den beim nächsten Mal einfach rein und dann haben wir ein Tor über seine Schnelligkeit erzielt und das bietet halt ein Terodde und ein Polter nicht, die du eigentlich nur per Flanke so, die da vielleicht in dem Feld besser sind als die zwei Spieler, aber da haben wir halt auch wenig gezeigt in dem Spiel und Keke Torp hat, ja, der wäre halt auch nochmal so dieser frische Wind, aber ich glaube, ich gehe mit Karamann und Lasten als Doppelspitze, was sagst du? Du hast mich mit deinem Lasten auf Rechtsmove nochmal mehr überzeugt, weil ich gerade auch noch daran denken musste, Hannover hat ja eine, also die spielen auch eine Dreierkette und die haben ja auch sehr schnelle Leute dahinten teilweise, also Heizenberg ist ja eigentlich Linksverteidiger bei RB gewesen, spielt da jetzt den zentralen Innenverteidiger und ist dafür auch sehr, sehr schnell, dann haben die Neumann, das ist glaube ich der schnellste Innenverteidiger der Liga, der übrigens auch von uns kommt, also auch wieder, auch Teuschert so, ey, mich würde es nicht wundern, wenn Teuschert gegen uns wieder trifft, das ist wieder diese, 100%, also ja, also es wäre auch nicht überraschend, wenn Teuschert einen Doppelpack macht und Neumann in der 94. nochmal das 3-0 drauflegt, egal, jedenfalls finde ich es halt dann ganz gut, wenn Lasten über Rechts kommt, weil dann hat er die Geschwindigkeit auf der Position, wo Köhn ist, der relativ offensiv spielt und da er dann auch vor allem offensiv halt eben die Akzente setzen soll für Hannover, dementsprechend können auch gute Konter dann über Lastmes Seite eben kommen mit seiner Geschwindigkeit, können ein ganz interessantes Duell werden und im Sturm tue ich mich schwer, weil ich will da eigentlich den Kapitän und ich bin auch Fan von Torot, ich hätte ihn echt gerne auf dem Platz. Ich auch. Es ist nur wirklich die Frage, inwieweit man ihn halt wirklich jetzt aktuell einbinden kann, weil wie du gerade schon gesagt hast, ich gebe dir da vollkommen recht, wenn du kein gutes Spiel machst und keine guten Chancen draus spielst, dann ist Torotter nicht existent im Spiel und das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, ich habe ihn im Spiel nicht gesehen und dementsprechend würde ich vermutlich mit einem Doppelsturm aus Karaman und Top reingehen, und wenn du merkst, du kontrollierst das Spiel, arbeitest dir Chancen raus, aber der Ball will nicht rein, dann bringst du halt ein Tor zur Halbzeit. Das würde ich wahrscheinlich machen. Ja, ist auf jeden Fall... Aber Polter nicht, meiner Meinung nach, also wirklich gar nicht. Der braucht auch mal eine Spielpause. Auch wenn er prinzipiell ein super Typ ist und die Spieler auch gut gepusht hat, als sie in die Kabine gegangen sind, spielerisch gefällt mir das aktuell nicht, was der da zeigt. Was ich sagen muss, ist noch, ich fand Moor irgendwie einen Lichtblick in dem Spiel gegen... Das klingt so surreal, ja. Ja, aber ganz komisch, aber war so. Also ich habe ja sehr häufig auf ihn rumgehackt und... Ich noch mehr. Ja, und ich habe halt gar nicht verstanden, warum der noch Einsatzzeiten bekommt und so weiter, aber Moor, muss man echt mal sagen, hat viele Sachen probiert, das war mir am wichtigsten. Der war sogar als Linksverteidiger und hat einfach Zweikämpfe probiert, probiert mal am Mann vorbeizukommen, hat sich was getraut und hat auch teilweise, hat er sich da durchsetzen können und sah nicht ganz so schlecht aus wie bei den Meistern. Also er hatte von mir auch vielleicht eine Vier, vielleicht sogar eine Drei bekommen von seiner Leistung her. Er hat mich echt überrascht und gerade, dass er jemand ist, der jetzt in so einem schlechten Spiel da mal eine bessere Leistung zeigt, so, wo die Mannschaft halt komplett am Boden ist, finde ich, spricht auch für ihn so, dass er da, ja, trotzdem dann da ist. Hätte eigentlich auch verdient gehabt, irgendwo zu starten, aber keine Ahnung, ich bin halt kein Fan von ihm als Linksverteidiger irgendwie und, ja, sonst haben wir keine Position mehr, das ist halt, wenn du, für mich ist er halt ein klassischer linkes Mittelfeld in einem 4-4-2 und das haben wir halt aktuell nicht und ein Schienenspieler ist der mir zu defensiv schwach. Naja, dann kommen wir noch zum Abschluss, zum Tipp, ähm, ja, ich mache mich vielleicht unbeliebt, aber ich tippe ein 4-1 für Hannover. also ich bin jetzt einfach mal realistisch, so, wirklich, also, sorry, vielleicht das eine Tor, was wir schon schießen, ist schon, glaube ich, echt schwer, da jemanden zu finden, aber ich glaube, vielleicht ein Karaman oder ein Lassme, wie gesagt, aber ich gehe davon aus, dass wir richtig auf die Schnauze kriegen und, dass wir da echt, dass das echt, so weiter geht, weil, ich bin einfach realistisch in dem Moment, was sagst du? Ich verstehe es komplett, also die Frustration ist auch einfach so hoch, ich weiß auch nicht, was jetzt den Anlass zum Hoffen geben sollte, ähm, das Einzige ist halt, wie gesagt, dass wir irgendwie jetzt nochmal vielleicht diesen kleinen Push noch haben, auch wenn der schon wieder fast aufgebraucht ist, durch diesen Trainerwechsel, dass Gerets jetzt vielleicht irgendwie hinkriegt, die Spieler nochmal zu pushen und Hannover vielleicht einmal einen schlechten Tag erwischt und wie er Hannover Sachen macht, vielleicht ein Eigentor oder so, zum Start, ähm, aber ansonsten kann ich mir da auch nicht viel ausmalen, ich gehe mit einem 3 zu 1 für Hannover und hoffe darauf, dass wir vielleicht irgendwie einen Überraschungssieg feiern können nächste Woche, ähm, ist aber leider weit entfernt aktuell. Ja, ich muss sagen, wir nehmen jetzt hier, also am gleichen Tag vom Spiel auf, so am Abend, und, also meine Laune oder meine Euphorie oder auch mein Optimismus wird immer besser, je näher wir am Spieltag kommen, deswegen frag mich nochmal, am Spieltag oder am Tag davor, dann gewinnen wir, let's go, 5-0. gehe ich vielleicht mit dem Schalke-Sieg, aber jetzt gerade halt sehr, sehr betrübt vom Spiel, noch mit sehr, sehr viel Frust dabei, denke ich mal, wird man auch hier aus der Folge rausgehört haben, um Frust abzubauen, könnt ihr gerne für uns ein paar Dinge tun, und zwar, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf YouTube gehen, da sind wir kurz vor den 10.000 Abonnenten, also das wäre wirklich eine Riesen-Nummer, wenn wir da die 10.000 schaffen würden, ich glaube, es fehlen nur noch 50 Abonnenten auf YouTube, und auch gerne im Podcast-Player reinfolgen, und was auch da sehr, sehr wichtig ist, ist eine Bewertung reinzuballern, ey, wir sind auf dem Podcast, sind wir da richtig durchgestartet auf Spotify, haben zuletzt die Zahlen uns angeguckt, wir hatten ja sogar eine Pause hingelegt, und wir werden da auf der Startseite präsentiert, und in den Suchanfragen sind wir da richtig präsent, deswegen vielen, vielen Dank für euren Support, hat mich echt überwältigt, wo ich das durch Zufall entdeckt habe, und ich danke natürlich auch unserem Schalke-Experten, der sogar, wenn er gerade gesundheitlich nicht voll auf der Höhe ist, hier Einsatz beweist, viel mehr Einsatz als unsere Mannschaft aktuell, und trotzdem hier den Podcast, weiterführt, vielen Dank, Luca. Gerne, gerne, ich bin natürlich immer gerne da, ich muss auch echt sagen, deine Überleitungen haben mir heute sehr gut gefallen, die hast du sehr stark gemacht, ja, nee, also auch nochmal von mir, großes Danke, also haben wir glaube ich beide nicht mit gerechnet, dass der Podcast aktuell so sehr gut läuft, hatten wir uns ja so als kleines, internes Ziel ausgesprochen, mal so auf durchschnittlich 1000 Aufrufe auf YouTube zu kommen, und die Podcast-Player waren ja auch eher nur so ein Nebenbei, Ding, aber dass es dann aktuell so viel von euch gehört wird, macht uns sehr stolz, und freuen uns da sehr, dass wir jede Woche für euch das hier machen können, ja. Genau, das ist glaube ich ein super Schlusssatz, dann sagen wir Glück auf, sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder, dir wünschen, wünschen wir gute Besserung, danke, danke, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis nächste Woche, Glück auf. Bis dahin, Bis jetzt in Berlin,